so ist es gut ja die kommt später wieder hier so ist es gut ja sehr gut das macht ihr gut ich glaube man versucht es wieder so ist es gut so ist es gut ja so ist es gut geht der knochen und amur stein eine gute ablenkung zu sein so ist es gut als das video jetzt gerade angemacht habe ist amur gerade von der wieder runtergerutscht hat es gerade versucht aber sie ist halt ein bisschen beschäftigt mit dem knochen mit dem knabberding knabberding ja 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 ja